ja heilig und herzlich kommen zu dritten folge der Welt und aufzellern und weil er übrigens ist zwar ich hab mich gerade wieder zu unserer Position überlegt ich hab nach der Zeit von auf nicht dahinten da wurde blau feil ist auf der Minimap ich rausgekommen hat mich hier bis hier rüber hat die anderen wieder rausgeholt und dann bin ich einfach redurch und dann habe ich noch Rubin gefunden aber ich versuche dann immer auf den gleichen Wegen zu kommen wo ich auch mich ausgelockt hab so zu sagen weil danach habe ich nämlich noch Safe Helden gemacht so und die Katze hier ist drin also holen wir uns jetzt unsere Schleuder ich will Schleuder Doh Oh looks hurts Die Flasche füllt Herzen Okay Itemwechsel Ahhhh... Nein! So. Okay. Komm, ich dauere Ihnen genauso gut. Ähm, wir haben ja keine vollen Herzen, also könnten wir ja vielleicht was trinken. Okay, warum hat die Keine jetzt so aufgefüllt? Ah, stimmt ja, wir haben ja das Ding runtergeschossen, hoffentlich liegt das noch da nach dem Save-Game. Ja. Genau, wir haben ja einen Gefäng. Ich will jetzt füllen. Okay. Ich habe jetzt Wehen-Larven, was will ich jetzt hier? Dann sollen wir wohl irgendwie... Wie ging das nochmal kombinieren? Irgendwie... Ich würde es gern mit dem kombinieren. Ähm... Wie kombiniert man jetzt nochmal? Ah, ich habe eine Idee. Okay. Rausholen. Ah, ja, gut. Gut. So kombiniert man. Man shiftet das und dann... Kriegt man das. Und da mir ja jetzt nichts anderes übrig bleibt, weil ich ja die Schleuder nicht bekomme, würde ich sagen, dann nehmen wir erstmal damit Fisch. Vielleicht ist das ja die Lösung aufs Rätsel. Wohem schub, Fischi? Wohem schub? Mein, mein Fisch! Ich will wieder lecker Fisch! Lecker Fisch, komm! 36 cm. Oh! Ich kriege Herzen. Ne. Zurück. Ich gehe jetzt erstmal zu der Tante und guck mal, was ich so will mit der Angel in der Hand rolle. Schmich einfach mal so lassig darüber. Okay, jetzt hat er sie weggepackt. Nein, das will ich nicht sehen. Und ich will auch nicht durch die Katzenklappe. Ich will durch die Menzentor. Hab ich grad Menzen gesagt oder Menschen? Egal. Gäne. Boah! 30 Rubine, 10 Rubine. Viele, 30 Rubine. Die Menzentlarven kriege ich da. Milch. Oh, da. Da ist die Rubine. Wie soll ich denn die bekommen? Vielleicht durchs Fischen? komm her komm her nein verdammt was geht mit dem ab schon wieder wahrscheinlich ist das irgendein mission meint gut Ja, Dolchen, gell? Magst du? Vielleicht hat der von oben noch eine Aufgabe für uns. Wenn nicht, versuche ich halt irgendwie entwischen oder so. Oder quatsch mal hier mit dem Dorf an, mal gucken. Okay, wir sollen zu den Kindern. Was wollen denn die Kinder? Also ich glaube, die Kinder wollen doch die Schleuder. Schleuder kriege ich, wenn ich Kohle habe. Kohle habe ich nicht. Wie kommen wir an Kohle? Ich war da noch im Haus, wo ich mich reingucken wollte. Da war ich auch noch nicht drin. Komm schon. Bürgermeister Burgos Haus. Haben wir eigentlich... Nein. Eben. Da. Geldböse. Fang. Fangbuch würde ich gerne öffnen. Okay. Wie verdiene ich denn Geld? Komm ich da rein? Julia? Könnte das sein, dass es diese... Einer war, die... Dings gemacht hatte. Oh, ich habe ein Hühnchen. Hühnchen. Äh, könnte sein, dass es die eine war, die Epona entführt hatte. In Anführungszeichen entführt. Oh mein Gott. Da wäre er falsch runtergefallen. Los, geh hoch. Geh doch hoch. Sag mal, Junge. Noch ein Hühnchen. Willst du da? Tauber und Mauro wandeln sich diesen kleinen beiden irgendwas. Oh, ein Hund. Oh, süß. Komm schon. Geh. Oh, bist ein Süßer, ne? Okay, da ist ein Schild. Das würde ich gern haben. Oh, jetzt folgt der mir. Komm, ich klau dich jetzt. Ich merke das bestimmt nicht. Scheiße. Ich kann's nicht klauen, Mann. Ich kann den Hund nicht klauen. Verdammt. Warum ist er nicht so schlau und nimmt einfach den Hund mit? Und fordert dafür 30 Rubine-Lösegeld. Dann haben wir die Kohle doch zusammen. Vielleicht wenn du mit... Joaah. Oh, geil. So sah das vorhin aus, als ich Aufnahme startet. Äh, Aufnahme. Zehn Minuten. Oh. Kann ich verkaufen? Kann ich die verkaufen? Joa, gut. Irgendwie muss ich Rubine bekommen, aber ich hab keine Ahnung wie. Ah! Oh! Oh mein Gott, ich hätte es gerade voll gern gehört. Äh. Äh, ich mach Kürbisse Kupf und dafür krieg ich Rubine. Wuff. Äh. Wuff. Blauer. Okay. Juckt mich nicht. Ich mach's trotzdem kaputt. Was willst du dagegen machen? Nee. Weil ich's kann ganz einfach. Du da oben. Weil ich's kann. Weil ich's einfach kann. So, ich mach zwar den kompletten Vorrat von dem Dorf kaputt, dann werden sie vielleicht angewungen, aber juckt mich einfach nicht. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal schnell einen Wurm an die schöne Angel. Und dann angeln wir uns mal was Schönes. Okay. Gut, gut, gut. Komm schon. Verdammt. Na, guck. Ja, wir haben einen Fisch. Fisch. Los. Fisch. Oh. 26 Zentimeter. Oh. Oh. Oh, Mann. Ich will keine Herzen. Ich will Kohle. Kapiert ihr das nicht? Oh. 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 Plupp. Ho. Komm schon. Komm schon. Der wollte doch gerade hier was klauen. Na komm. Geh runter. Samma. Die, 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 die. Ich wackel mit der Angel. Oh. Angel wackeln. Samma. Hab ich alles leer gefischt oder was geht hier ab? In die Richtung. So. Na komm. Na komm. Fisch. Oh, Fisch. Fisch. Oh. Okay, also ich hab irgendwie das Gefühl, dass es nichts bringt. Vielleicht sind die Kürbisse in der Zeit gewachsen. Nein, sind die nicht. Mann, wie komm ich denn hier an Kohle? Hier war ich noch nicht. Geil, abgeschlossen. Gehen wir mal zurück. Vielleicht haben wir da irgendein Ereignis. Und hier. Okay, die bringen mir nichts. Hey, da ist doch heute frei, oder? Nee, ich will dich ausruhen. Ich will dich quälen, weißt du? Ach, Mann, ich will da aus Pferden. Vielleicht finde ich hier irgendwas, was ich verkaufen könnte. Das wär gut. Sehr gut, Zucker. Toll. Ich glaube, ich gehe jetzt mal gleich in den Keller, oder? Vielleicht soll ich das ja noch. Verlegen. Hm. 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 Okay.